Es ist egal, woher du kommst oder welcher Religion du angehörst. Komm, vertrau uns deine Sorgen an. Wir sind hier, um dir zu helfen. Tritt ein. Mahers Türen stehen immer offen. Alles begann im Jahre 1991, als Schwester Lucy noch im Hope Center arbeitete. Eine hochschwangere Frau suchte dort eines Abends Zufluchts. Sie hatte Angst vor ihrem Mann, der sie umbringen wollte, um eine andere Frau heiraten zu können. Schwester Lucy musste sie wieder heimschicken, da das Center überfüllt war, und bat sie, am nächsten Tag wiederzukommen. Doch am nächsten Tag lebte die Frau nicht mehr. Ihr Mann tötete sie und ihr ungeborenes Kind noch in derselben Nacht. Nach diesem schrecklichen Vorfall war ich sehr traurig und wütend. Am liebsten wäre ich weggerannt und hätte mich irgendwo versteckt. Die Welt war einfach ein zu grauenvoller Ort. Zu dieser Zeit begegnete ich Priester Disa, dem ich mich anvertraute. Er sagte mir, ich sollte doch besser etwas für die Frauen tun, anstatt vor den Problemen davon zu laufen. Wir wollten für die misshandelten und traumatisierten Frauen ein neues Zuhause schaffen. Einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen können, an dem sie erwünscht sind und wo sich jemand um sie kümmert. Egal welcher Kaste, Religion oder sozialen Schicht sie angehören. So etwas gab es damals noch nicht. Deshalb gründeten wir im Jahre 1997 Marmor. Maher bedeutet übersetzt Mutters Haus. Der Name steht für ein Zuhause, in dem man dieselbe Liebe, Wärme und Zuwendung erfährt, wie von einer fürsorglichen Mutter. Das erste Mahia-Gebäude wurde in Wadubudruk errichtet, einem kleinen Dorf außerhalb von Bune. Es war eine erste Zufluchtstätte für Frauen in Not. Frauen, die in Mahia Zuflucht suchen, wurden von ihrem Mann oder seinen Familienangehörigen geschlagen. Sie wurden vergewaltigt oder ihr Mann ist verstorben. Viele Frauen sind schwanger, aber nicht verheiratet. Oder sind alleinstehend und haben Kleinkinder. Mahia bringt den bedürftigen, hilfesuchenden Frauen aus den Dörfern Verständnis, Mitgefühl und vor allem viel Liebe entgegen. Mahia unterstützt die Frauen und schenkt ihnen neue Hoffnung. Hoffnung auf ein glücklicheres Leben in Würde. Mahias Ziel ist es, die Frauen zu rehabilitieren und wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Können die Frauen nicht mehr in ihre Familien wieder eingegliedert werden? So werden sie finanziell unterstützt und ihnen wird eine Ausbildung ermöglicht, so dass sie später einen Job finden können und von niemandem mehr abhängig sind. Es hat einige Zeit gedauert, bis Mahia von der ländlichen Bevölkerung akzeptiert wurde und all seine Ideen verwirklichen konnte. Doch nach und nach suchten immer mehr misshandelte und hilfesuchende Frauen Mahia auf. Mit den Frauen kamen viele Kinder. So wurden weitere Häuser errichtet, um sich auch um die Kinder kümmern zu können. Aber nicht alle Kinder kommen mit ihren Müttern nach Mahia. Einige sind Waisenkinder, während andere sehr arme Eltern haben, die nicht genügend Geld besitzen, um ihre Kinder erziehen zu können. Mahia versucht den Kindern, eine möglichst glückliche und unbeschwerte Kindheit zu verschaffen. Alle Kinder sind Kinder Mahias und alle bekommen von den dort arbeitenden Erwachsenen dieselbe Liebe und Zuneigung geschenkt. Die Kinder besuchen nahegelegenen Schulen und für Schulabbrecher gibt es eine offene Schule, um den Schulabschluss nachzuholen. Mahia fördert auch die Stärken und Talente der Kinder. So gibt es zum Beispiel Musik-, Kunst- oder Tanzunterricht. In Mahia wird keine Gelegenheit ausgelassen, um Feste zu feiern und Spaß zu haben. So können die Frauen und Kinder ihre Sorgen und Probleme vergessen. Lachen hilft, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Jedes Kind, das nach Mahia kommt, wird einer gründlichen ärztlichen Kontrolle unterzogen und falls nötig medizinisch behandelt. Frauen und Kinder werden regelmäßig ärztlich untersucht und auch das Essen ist im Mahia sehr gesund. Es gibt ausgewogene, nahrhafte und ausschließlich vegetarische Gerichte, die täglich mit viel Liebe frisch zubereitet werden. Mahia ist sehr naturverbunden und setzt sich für den Umweltschutz und für biologische Landwirtschaft ein. Viele Gemüsesoten, Früchte und Gewürze werden im Garten angepflanzt. Es wird Solarenergie und Biogas verwendet. Der biologische Abfall wird kompostiert und leicht verschmutztes Abwasser wird für die Bewässerung der Pflanzen verwendet. Weiters organisiert Mahia auch regelmäßig verschiedene Veranstaltungen in den Dörfern, um die Dorfbewohner über ihre Verantwortungen, Rechte und Pflichten aufzuklären und ihr Bewusstsein zu erweitern. Mahia setzt sich vor allem für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ein. Den Dorfbewohnern wird aber auch beigebracht, wie sie sich gegen die skrupellosen Landbesitzer wehren können. Seit Mahias Gründung im Jahre 1997 bis Oktober 2004 haben rund 750 Frauen und rund 600 Kinder Zuflucht in Mahia gefunden. Heute hat Mahia 90 Angestellte und arbeitet in rund 70 verschiedenen Dorfern rund um Bune. Mahia gründete insgesamt 14 Balvadis oder Kindergärten, 8 Nachhilfeklassen, 13 Balsalans oder Heime für Kinder, 2 Horte oder Kinderkrippen und rund 70 Selbsthilfegruppen. Schwester Lucy leitet Mahia zusammen mit einigen Doktoren, Geschäftsleuten, Priestern, Philosophen, Psychologen und Sozialarbeitern. Ohne der permanenten Hilfe und Unterstützung von Freunden hätte Mahia in dieser Zeit wohl nie so viel erreichen können. Ihrer Großzügigkeit und ihrem Vertrauen ist der Erfolg Mahias zu verdanken. Sie spendeten viel Zeit, Geld und Sachgegenstände. Ein herzliches Dankeschön dafür. Mahia hat bereits einiges erreicht, aber es gibt noch viel zu tun. Dabei fehlt es nicht an Visionen, Ideen oder umsetzbaren Plänen, jedoch an den finanziellen Mitteln. Um die bedeutendsten Pläne in die Realität umsetzen zu können, benötigt Mahia rund 21 Millionen Rupien. Das sind ca. 375.000 Euro. Eine schwierige Aufgabe steht uns noch bevor, denn wir wollen eine Veränderung der Einstellungen in der Dorfbevölkerung bewirken. Vor allem die Einstellung der Männer gegenüber Frauen soll sich ändern. Dies ist eine gewaltige Herausforderung. Mahia ist somit nicht nur ein Projekt, es ist eine Vision. Eine Vision einer neuen Gesellschaft, in der Männer, Frauen und Kinder eine gleichberechtigte Möglichkeit auf Bildung haben und ein glückliches Leben führen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.